Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Yeah! Du hast den Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden... Oh, jetzt nehmen wir Siedewasser von Misty. Mit der TM29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser beibringen. Wende sie auch Pokémon an, die im Wasser leben. Ja, safe. Ja, Pikachu, du hast zwar nichts gemacht, aber du wirst wahrscheinlich trotzdem den Sieg feiern, ne? Karl-Heinz ist zwar von der Anspannung erschöpft. Und ich war zu langsam zu lesen, was da sonst gezeigt wird. Ja, komm, ich streichel dich. Was ist jetzt los? Esquero, folg dir jetzt. Danke, 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 danke. Hey, vielen Dank. Esquero, vielen Dank. Was ist denn auf einmal ein Chat los, Alter? Hilfe! What the fuck is going on? What the fuck? Alter! Was ist los? Shiny luck, shiny luck, shiny luck! Shiny Glück! Was zur Hölle ist denn jetzt hier los? Was zur Hölle? Äh, hallo all diese Menschen. Ich hab keine Ahnung, wo ihr herkommt. Aber schön, dass ihr alle da seid. Was ist los? Was ist los? Kaiji Kai, Just Jonas, Skellener, Nuneja, Pluslinie, Dragon Alive, Moonstruck, Maestro Fabi, Pika Tato, Jaok, Loony 2000. Was schon wieder, Just Jonas, hey, danke für den Follow, I love God 7, Inco Legend 12, Vigge Plays, Maui 69, ein Mocha. Was ist los? Was ist los? Kaiji Kai, was? Was ist los? Was passiert hier gerade? Cherrytail Pictures. Jetzt hat er es gemerkt. Was? Grüße von Mo, Seishi. Lelelein, what? 135. Was zur Hölle? Was passiert hier gerade? Was ist los? Was ist los? Toastgesicht 2, größt, danke. Great Performance. Was? Was ist das für ein geiler Name? Ey, was ist denn los? Du wurdest geradet. Von Musikchen. Ha, ha. Hallo, hey. Okay. Link Nummer 1. Einer, Leute, danke. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Das müssen wir zusammen mit Karl-Heinz feiern. Hier, Karl-Heinz bedankt sich auch. Danke. Danke, Leute. Ihr seid die geilsten. Was ist denn auf einmal los? Was ist auf einmal los? Ah, danke für die ganzen Follows. Thank you for following. Ich gebe hier gerade Pikachu High Fives, Alter. Was ist das denn? Leute, es hört nicht mehr auf. Ixion Nice 89. Was ist los? Was ist los? Ha. Was soll? 328. Schau. Was soll das, Leute, hier los? Ha, 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 ha. Ey, Leute. Ich bin überwältigt. Ich verstehe gerade nicht, was hier gerade los ist. Aber es ist mega. Floppy You. Danke für den Follow. Plus Linie. Danke für den Follow. Alter. Was zur Hölle. Plus Power. EB-1611. Hoshi Chaotic. Ha, 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 ha. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. I said hey. What's going on? Danke, 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 Leute. Ich verstehe nicht, was los ist. Ha, ha. Die Reaktion ist gold. Ja, ey, wie willst du da auch sonst... Ey, ein Mensch, der auf sowas hier nicht... Ansatzweise... Boah, ey, was ist denn? Leute, ihr macht mich fertig. Ha, ha, ha. Ihr macht mich fertig gerade. Was ist das? Charity Pictures. Danke für den Follow. Jan Orion. Danke für den Follow. Ha, 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 ha. Alter Schwede. Orange Karai Raya. Seishi Multidally Seven. Danke, 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 danke. Danke, danke. Oh, Leute. Ihr macht mich... Ihr macht mich... Ihr macht mich kaputt. Ihr macht mich kaputt. Zero for Kevin. Underscore you. 203. Danke. Danke, danke. Danke für die ganzen Follows. Ha, ha, ha. Skeletta. Danke für den Follow. Ha. Was zum Teufel ist denn hier los? Was zum Teufel? Monkey Monk 6.7. Danke. Danke, danke, danke. Ich verstehe immer noch nicht, was los ist. Ich kann nur vermuten, dass irgendein sehr viel größerer Twitch-Streamer... Hades S. Anokata. Vielen Dank für den Follow. Vielen Dank. Ey, ich kann nur vermuten, dass jetzt irgendein krasserer, großer Twitch-Streamer gesagt hat... ...in einer netten Geste, in seinen netten 5 Minuten... I love Game of Thrones 7. Danke für den Follow. Dass die gesagt haben, geht da mal hin und lasst dir mal ein paar Follows da. Der freut sich bestimmt. Ey, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ein Mocha. Auch an dich. Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, Leute. Ihr alle, ne? Make my fucking day. Make my fucking week. Make my fucking year, Alter. Wie geil ist denn das? Danke, Mann. Danke, danke, danke. Der Hammer, Alter. Der Hammer. Hast du fein gemacht, Chris. Stell dich mal kurz vor. Ich mich mal kurz vorstellen. Godor. Ey, danke. Plus Power. Danke. Ja, keine Ahnung, ob ihr mich überhaupt kennt. Schaut unbedingt mal, wenn ihr Lust habt. Unten ist der Link zu meinem YouTube-Kanal. Das ist eigentlich mein Hauptding. Für Banken, zack. Ich bin Showcaste für Nintendo, für Smash Brothers. Vielleicht habt ihr mich schon auf der Gamescon gesehen oder so. Ich freu mich grad legal. Verstehe immer noch nicht. Ich glaub, das Ding kommt überhaupt nicht klar, ne? Der Stream kommt nicht darauf klar. Also, Streamlabs muss erstmal die ganze Kö abarbeiten. Also. Pingpong 6004. Danke, 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 danke. Was ist denn los? Was zur Hölle? Mistress F. Juice. Y. AOC. Danke für den Follower. Danke. Ey. Das war doch nur ein Moo-Raid. Okay. Also ist Moo-M00. Rienchen-Folg dir. Jetzt. Sarina? Was? Nee, oder? Hey. Geil. Luke Davien. Papa Gerard. Was geht denn hier ab? Guten Abend an alle. Bekannt und unbekannt. Ey, Papa Gerard. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. An alle. Papa Gerard ist der Sugar Daddy. Der. Der ist sich sehr. Musikchen. Du bist anscheinend der Kerl, der dafür verantwortlich ist. Alter, vielen Dank. Was auch immer du hier gerade veranstaltet hast. Danke, Mann. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Karl-Heinz und ich, wir danken dir. Karl-Heinz und ich sind sehr, sehr glücklich. Auch an der Lisha 3. Was zur Hölle ist denn los? Was zur Hölle? Ey, vielen Dank. Vielen Dank. Ey, ich glaub, Mec Muffelon. Ihr habt auch so geile Nicks alle. Was ist denn da los? Ey, diese Reaktion hier, dieser Stream, dieser Cap, wo ihr auf einmal alle in den Stream reinrennt. Kommt. Dunkelblüte. Danke für den Follow. Kommt definitiv auf YouTube. Definitiv kommt das auf YouTube. Wie geil ist denn das bitte? Ey. Hammer. 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 M ist Hummel. Ah. Schön. Schön. Auch vielen Dank an dich. Das ist der Oberhammer, ey. Ich glaub, wir kommen hier heute nicht mehr richtig zum Spielen, ne? Sieht ihr einfach, was Team Rock in meinem Haus angerichtet hat? Sieht ihr einfach, was ein Musician bei mir in meinem Twitch-Stream angerichtet hat, Alter? Ach, ist das herrlich, ey. Das ist der Hammer. Und ich kann den Dark-Rei irgendwas, ich kann's nicht aussprechen. Pika Tato, danke, danke, danke. Wir danken euch. Karl-Heinz. Karl-Heinz und ich, wir danken euch. Toast-Gesichts-Weich-Frau. So, this is fine. Rise. Ja. Rise. Rise to end of the domination. Das ist gerade sowas von der Rise to end of the domination. Alter. Ingrat, danke für den Follow. Add Musician. Ja, Musician, du bist ein feiner Kerl. Oder eine feine Dame. Ich kenn dich leider nicht. Danke. Vielen Dank, Alter. Vielen, vielen Dank. Orange-Kanai, ja. Alter Schwede, alter Schwede. Du bist guter Mann. Hast du hier niemanden den Abend erheitert? Er hat mir nicht nur den Abend erheitert. Er hat, er hat made my week. Made my, made my, made my week. Made my year, Alter. Der hat mein year gemacht, aber sowas von. Alter Schwede. Ist das krass, ey. Moonstruck. Danke dir, danke dir, danke dir. Ich bin gerade so happy, Alter. Danke, 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 danke. Ist das der Hammer, ey. Irgendwie erinnert ihr euch. Der ist ja schon süß. Also der Karl-Heinz. Ja, natürlich. Karl-Heinz. Ich hab's vorhin gesagt. Karl-Heinz. Ja. Ich hab Karl-Heinz tatsächlich, seit ich 10 Jahre alt war, seit 18 Jahren ist der in meinem Besitz und ich musste ihn jetzt einfach wieder rausführen. Leiray, Victoriano, vielen Dank. Nuria, vielen Dank. Ich musste ihn jetzt einfach zu dem Stream mit dazuholen. Ich versuche nochmal, ich versuche nochmal ein bisschen weiter zu spielen, auch wenn mein Stream hier einfach komplett ausrastet. Ist das der Hammer. Und dann alle, die so nett sind und hier mit auf den Bandwagon gesprungen sind und mir gefollowed haben, zum Beispiel auch Mausi96 mit. Einem 5 als S. Schaut euch gerne mal meinen YouTube-Kanal an. Unten ist das in den Tabs. Nerdkalypse. Das ist eigentlich mein Hauptding. Schmidtlauch, auch du, bist herzlich dazu eingeladen, bei YouTube vorbeizukommen. Ich freue mich über jedes Abo, über jeden View. Twitch mache ich eigentlich nur nebenher. YouTube ist mein Hauptding. Ach, Leute. Victoria62910. Ach, Leute. Ihr macht mich so fertig. Ich versuche nochmal ein bisschen weiter zu spielen. Auch wenn das jetzt kaum noch möglich ist. Habedibu. Danke. So, hier ist jetzt das Haus. Das wurde von Team Rocket völlig zerstört. Ähnlich wie der Stream völlig zerstört wurde. Passt sehr gut. Habedibu ist daran beteiligt. Berligre ist daran beteiligt. Ich meine, ich kann doch gar nicht mehr, gar nicht mehr den Chat verfolgen jetzt so, ne? Ist halt unmöglich gerade. I am the android... I am the android... And... Bitch, was? Ach, Team Rocket, Idiot. Ey, Duda. Du kannst doch nicht einfach so in anderen Leuten Garten rumlatschen. Hä? Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant. Ist doch klar. Kein bisschen verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Siegelsteinchen. Danke für den Follow. Komm, meine Hand, Siegelsteinchen. Ich werfe den Siegelstein an den Kopf von den Typen. Lavendella. Danke für den Follow. Eine Radikal... Oh, das erste Radikal, was wir, glaube ich, in dem Spiel sehen. Das erste Radikal. Alter Schwede. Was ist das jetzt? Oh mein Gott. What's happening? Zwei Euro. Hey. Vielen Dank, Alter. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Oh je, ich kann jetzt wieder schütteln wieder. Macht jetzt Pikachu was oder? Ne. Karl-Heinz feuert ihn an. Ah, ich kriege einen Step-Boost. Danke für mich, dass er was steigt. Die Scharke, ey. Ich verstehe echt nicht, was hier gerade los ist. Vielen Dank, Leute. Ey, das ist der Hammer. Es ist einfach nur der Hammer. Ey. Somdalline, vielen Dank. Ich habe schon öfters natürlich mal auf YouTube irgendwelche Reaktionsvideos gesehen, von denen ich streamen oder so, wo auf einmal zig Leute reinkommen und komplett ausrasten. Ja. Und der Hausparty schleißen. Zum Beispiel mit Rina Asahara. Und ich hätte nie gedacht, dass das mir auch mal passiert. Aber es ist der Hammer, Alter. Ey, ganz viel Liebe an euch alle da draußen. Muffin Zoe, auch an dich. Vielen Dank, vielen Dank. Ach, Rattika besiegt gerade dieser Knopf. Das ist nicht cool. Aber ihr seid alle richtig cool. Boah. Klino Gaming, vielen Dank für den Follow. Alter Schwede, alter Schwede, ey. Und selbst wenn von diesen, weiß ich nicht, 100 Leuten, die jetzt hier subscribed haben oder gefollowt haben, Lila Linda, vielen Dank von den 100 Leuten, die jetzt hier gerade followen. Wenn dann nur 10 bleiben und ab und zu mal wieder reinschauen, bin ich schon mehr als überglücklich. Ey, wirklich vielen Dank, vielen Dank. Hey, und wir kriegen glaube ich jetzt Schillock. Leitoreo, vielen Dank. Vielen Dank. Ist das geil, ey. Der Hammer, der Hammer. Hey, Sita und ihr, eure Energie, eure Follow-Energie, zum Beispiel von Mudechen, führt dazu, dass sich Shiggy jetzt zu Schillock entwickelt. Ah. So. Wir haben einen Schillock. Und wir haben Mausi96, die mir jetzt auch folgt. Vielen Dank. Wir schauen in den Pokédex, ja, was der Pokédex sagt zu Schillock. Ähm, was hat denn Schillock zu zu bieten? Wenn es einen Schlag auf den Kopf bekommt, zieht es sich in seinen Panzer zurück. Seine Schwanzspitze ragt jedoch ein wenig heraus. Hehe. Wieder etwas, was genauso wie bei mir ist. Hehe. Ah, danke Leute. Panda, Players. Danke. Joyce, Eleven. Danke, danke, danke. So, von dem Team Rocket Typen kriegen wir jetzt TM10 Schaufler zurück. Es ist... Ah, oh mein Gott. Was ist denn? Lexitra, danke. Was sagt der Team Rocket Typen? Also, ich gehe mal besser. Chairman Ö. Der klaut meinen Catchphrase. Der Ficker klaut meinen Catchphrase. Das ist nicht sein Ernst. Was soll das denn? Kann man Team Rocket verklagen? Kann man die anscheißen? Geht das? Was ist denn? Was ist denn los? Was ist los? Der klaut meinen Catchphrase. Wenn jetzt noch ein anderer Team Rocket Typen Hauen sie Bauen sie sagt, dann ist eure Pulten offen, Alter. Aber sperrgebeid. Oh. Also, ich glaube, die ganzen Follower-Notifications haben jetzt aufgehört. Jetzt können wir das Spiel wieder nochmal weiterspielen. Hahaha. Ah, Leute, ey. Wirklich, vielen Dank. Ihr seid der Hammer. Ihr seid der Hammer. Ey, ihr habt keine Ahnung, was das für mich bedeutet. Da sitzt sie hier, streamst einfach nur so ein bisschen dämlich vor dich hin, denkst dir nichts bei. Und gerade übrigens 151 Zuschauer. Das ist Schicksal, Alter. 151 Zuschauer bei Pokémon Let's Go Pikachu. Liebe Leute. Ah, ist das der Hammer. Und der Nächste. Ani Nia. Danke dir für den Follow. So, Karl1 hat ein Geschenk für mich. Ihr habt mir alle schon jede Menge Geschenke gemacht, indem ihr mir jetzt hier einfach gefollowt seid. Schöner roter Sandler sich sein. Leichenfeld. Er ist vom geringen Wert. Sternstaub. Okay. Chris K94. Danke dir. Danke dir. Ach. Ich kann gar nicht, was hier alles abgeht. Karl1. Ja, Karl1 schenkt mir ganz viele Sachen. Nintenship. Vielen Dank. Haha. Ach, Leute. Ich komme mir überhaupt nicht drauf klar, da was los ist. Ich muss mich erst mal hinsetzen. Können wir uns auf die Bank setzen? Geht es? Nein, man kann sich nicht auf die Bank setzen. Freaky. Danke für den Follow. Ich bin völlig fertig hier. Zur Verrückung müssen wir erst mal was für Koffein trinken. Ey, 10 Euro. Danke von Musician. Bester Mann hier. Alter. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was abgeht. Danke, danke, danke. Auf dich. Ne Fritz Cola. Alter Schwede. Ey, Leute. Wuhu. In meiner Meinung bestätigt, dass Mucano noch geiler ist als Mumon. Die Referenz ist ja trotzdem da. Mucano. Geiles Ding. Ey, ich danke euch. Entschuldigung. Ey, ich danke euch. Ey, ich danke euch.